Hoi miteinander, wir sind fast am Schluss vom alten Jahr. Es hat schönes gehabt, es hat Schwierigkeiten gegeben, es hat viele Veränderungen gegeben. Jetzt schauen wir vorwärts ins neue Jahr und wünschen euch und uns von ganzem Herzen ein gutes, ein gesundes, ein gefreutes neues Jahr. Selbstverständlich Gottes reiches Ege. Ganz viele Abenteuer. Oh ja, viele Abenteuer. Hört gut an, schaut gut an, denn manchmal ist das Interessanteste im Leben im Kleinen verborgen. Und schaut gut zueinander. Stosset einmal an und geniesst das Leben. Von Herzen alles Gute. Halleluja. Tschüss. Ahhhh.